Servus Leute, schon wieder ich, der Trachtenbäder. Grüß euch, servus. Die Saison neigt sich ja dem Ende entgegen, ihr seht es ja selber. Immer abends werden die Faulen munter, also zu sprich, im Ende der Saison werden wir immer anscheinend ein bisschen besser. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es auch der Trainer, muss ich auch sagen. Markus von allen scheint trotz alledem einen guten Job zu machen. Auch wenn ich nach wie vor dafür bin, dass man jetzt eine wirkliche Koryphäe holt, einen wirklichen Kompetenztrainer holt. Weil du siehst, anscheinend sind die Unseren nur dann zum Laufen zu bringen, wenn es entweder um neue Verträge geht. Oder wenn wirklich eine harte Hand, beziehungsweise eine führende Hand im Trainergespann ist. Dass die Jungs auch mal lernen, eben wirklich, es geht nicht alles und nicht jedes Jo-Jo-Spülchen. Sondern man muss wirklich ernsthaft arbeiten, um wirklich auch Erfolg zu haben. Mir gefällt das gut, was jetzt im Moment zu tun. Es ist zwar nicht alles sattelfest, gerne zugegeben, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber, du siehst, das war schon einiges möglich. Es gefällt mir natürlich auch wahnsinnig, was da jetzt passiert ist vor den 19.000 Zuschauern. Diese Verabschiedung von den drei Kämpfen alter Herkunft, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Muss ich ganz ehrlich sagen, emotionale Momente. Ich war auch ein bisschen dem Wasser sehr nahe. Aber egal, da muss man durch. Benni, Biro, Netschat, toll, toll, toll für die Zukunft. Am Biro sehen wir sowieso. Der Netschat glaube ich auch, dass er gleich da bleibt und auch in irgendeiner Form erhalten bleibt. Und Benni, solltest du noch spielen wollen, dir wünsche ich alles, alles Gute. Wie gesagt, habe ich auch schon gesagt. Du hast mir den Gefallen, komm wieder. Wir brauchen solche Leute wie die. Du bist eine Integrationsfigur. Du bist der Mensch, der sich vielleicht einmal irgendwann einmal in meinen Augen auch zusammenhalten kann. In ganz, ganz anderer Position. Darüber wollen wir aber heute nicht reden. So, ihr merkt es ja. Der Neuanfang geht los. Ich habe wirklich zuerst gedacht, das ist alles nur wieder das Übliche. Ihr entschuldigt den Ausdruck. Geschwätz. Das man sonst auch immer hört und das wird wieder aufgerufen. Wir fangen ganz anders an und wir setzen auf die Jugend oder wir machen das oder wir machen das und macht gar nichts. Zumindest einmal die erste Variante scheint ja zu funktionieren. Also sie schmeißen in Anführungszeichen Gleitschuhn aus. Die innere Struktur des Vereins hat sich ja erneuert, wie auch immer. Finde ich ganz gut. Ich glaube, dass wir sehr, sehr gute Campen dabei haben. Der Neuan sowieso. Natürlich auch Markus Reik. Über den Poschi. Jetzt darf man ja nicht mehr Poschi sagen. Jetzt muss man Poschner sagen, weil das klingt besser. Über den Herrn Poschner. Weiß ich jetzt nicht. Immer noch nicht so genau. Auf alle Fälle macht er eins. Hätte ich nicht gedacht. Er greift durch. Er stellt sich selber hier. Es ist sich nicht zu schade, am Trainingsplatz zu sein. Das gefällt mir gut. Und die jungen Schnösel oder auch Fußballspieler merken, hoppala, da kann einer da sein, der kann uns ein bisschen wehtun. Gefällt mir gut. Jetzt muss ich aber natürlich darauf drängen und anmahnen, dass man jetzt den zweiten Schritt geht. Nicht nur entsorgen, 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 sondern jetzt muss auch wirklich gewaltiges Neues kommen. Denn sonst brauchst du keinen Neuanfang. Oder du setzt, wie ich schon gesagt habe, ganz auf die Jugend. Dann ist auch alles in Ordnung. Dann müssen wir aber unsere Ansprüche alle miteinander runterschrauben. Ansonsten muss jetzt wirklich Großes passieren. Wir brauchen, ich habe es schon gesagt, Trainer von allen, super. Aber wir brauchen jetzt einen, der internationale Reputation hat. Zumindest national so gut ist, dass die Fußballer merken, hoppala, da tut sich was anderes. Namen will ich auch gar keine mehr kommentieren oder ins Spiel bringen, ist egal. Mir ist das heute wurscht, aber es muss einer sein, wie ich schon gesagt habe, der einer bei Zeiten den Asch aufreißt, aber der auch wirklich führt, der auch wirklich lobt, der auch wirklich dabei ist. Sprich, wenn er die Sprache der Fußballer spricht, ganz einfach, die Jungs sind relativ einfach gestrickt, da kann man doch wirklich eben mit denen was erreichen. Nicht gegen die oder ähnlich. Wir brauchen, wie gesagt, einen Trainer und wir brauchen einen neuen Spieler. Es hilft nichts. Viere, Fünfe müssen es schon sein. Und nicht wieder irgendwelche Ergänzungen A und B, sondern jetzt müssen Knaller kommen. Es tut mir leid, ihr habt den Neuanfang ausgerufen, dann muss auch was passieren. Oder ihr müsst es, wie gesagt, sagen, nicht wieder Übergangsjahr, sondern generell. Wir setzen einfach auf die Jungen, völlig wurscht, was passiert. Wir wollen einfach eigenständig werden. Okay, dann ist das auch in Ordnung. Dann sage ich gar nichts dagegen. Aber wenn man aufsteigen will, muss man auch leider tief in die Tasche greifen. Ich weiß, das ist wieder ein ganz blöds Thema. Aber dann muss man auch was dafür tun. Und das erwarte ich jetzt von euch, meine Herren. Es wäre schön, wenn wir jetzt so die ersten Ergebnisse zusammenbringen würden. Idealerweise der Trainer. Ich höre immer wieder, der Trainer hat sich jetzt nach dem Verein zu richten und nicht der Verein nach dem Trainer. Ist alles richtig. Ganz, ganz, ganz toll. Will ich auch voll mitgehen und voll unterstützen. Aber, Leute, das muss dann auch wirklich so durchgezogen werden. Dann müssen wir aber jetzt die ersten Spieler präsentieren. Leute, Gas geben. Auf geht's. In diesem Sinne, blau bleiben, euer Trachtenbäder.